Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Take-Off, genau. Ich glaube das ist die zwölfte Folge, genau, denke ich zumindest. Und ja, wir sind wieder zurück in unserem kleinen Häuschen. Und wir haben ja letzte Folge einen Auftrag gemacht, in Auftrag 2 von Mr. Jonas, genau. Und haben, wartet, hier diese Horus-Pflanze gefunden. Und ja, wo wir zu Mine gegangen sind, haben wir ja noch sehr viele andere Ressourcen gefunden. Und ich habe offscreen ein bisschen eingeräumt. Hier habe ich die Mineralien, da hier habe ich das Redstone-Zeugs, hier sonst noch Loot, äh, Essen, äh, sonst die Blöcke, das sind die vollen Blöcke hier, blablabla. Genau, da hier sind so Rüstungsteile und Werkzeuge und Waffen halt, die Bögen und Schwerter. Und ja, und äh, wir haben da hier drei Diamonds, äh, bekommen. Und ich habe eigentlich vor, mir ein Dia-Schwert zu machen. Und ich habe offscreen auch noch ausprobiert, hier ein bisschen mit dem Enchanten. Und ich habe hier Chef 2 und Flamme bekommen, ja. Und, äh, dann würde ich sagen, wir machen uns kurz das, genau, das Dia-Schwert und verzaubern, verzaubern es gerade noch. Genau, hier haben wir das Dia-Schwert, ähm, und dann hier und hier, Chef 2, genau, hier und hier, Flamme. Hör, hallo? Wie geht das nicht? So, ich glaube, es geht nur auf den Bogen, kann das sein? Ah ja, ich glaube, es geht nur auf den Bogen. Aber ich, was ich noch machen will, ist, äh, Dragon's War, ähm, mit T oder D? War, ja, ich glaube, es ist mit D, ja, ich mache es einfach mal mit D. Ähm, wenn es, äh, nicht richtig geschrieben ist, äh, schreibt es in die Kommentare. Ja, so, dann hier, das, unser Apokal, wartet, das ist legendär, das muss ich einfach einrahmen, das, das brauche ich als, äh, Erinnerungsstück, äh, wohl, hier, genau, da, hier, ähm, so, genau, das ist unser Apokalypses-Wort, unser zweites Schwert in diesem Projekt. Ja, ähm, eben, dann haben die Chefs-Zeit genaut, ich will da hier kurz noch hier, tu ich so die Sachen rein, die, ich soll ich sagen, ein bisschen, nicht einfach, Sachen sind, ja, wisst ihr, was ich meine, ich denke schon, äh, so einfach, nicht einfach, normal Blöcke, sondern etwas, legendäres, genau, irgendwie so etwas, äh, okay, dann würde ich mal sagen, erwarte, hier ist einfach noch das Schild, das kann ich einmal wegnehmen, hier kann ich das auch wegnehmen, das konnte ich eigentlich schon lange wegnehmen, so, die Schilder hat es irgendwo noch, ich glaube, unten ist noch, äh, wegen der Küche, sollte nächste Folge ankommen, denke ich, und ich würde mal sagen, wir geben, wir geben die Chorus-Blüte dem lieben Mr. Jonas ab, haben wir den Elytra da, ja, genau, die haben wir da, so, voilà, so, dann fanden wir kurz etwas, und dann begeben wir uns zu, ähm, Mr. Jonas, so, und ich glaube, letzte Folge hat nie, oh nein, es hat Mops, ach du Scheiß, ist es, hello, ist ein Schild, wird ein Tempel, okay, wow, okay, gehen mal rein, alter ist es hier dunkel, ich glaube, ich muss hier mal ausleuchten, weil sonst spawnen hier, äh, irgendwelche Zombies und das wollen wir ja nicht genau so ach du bist wieder dort hinten okay und ah ja genau das wollte ich eigentlich noch sagen wegen dem Auftrag wir haben kein Auftragsblatt erhalten aber das hat er uns noch nachträglich hier eingelegt die haben die zwei entstandete goldene Äpfel das steht hier Hallo entschuldige mich bitte bin Gerad Gerand an einem wichtigen wichtigen Auftrag aber hier Aufgabe 3 bringen wir den nether stern vom äh Rittertempel zu mir okay das können wir machen also ich meine das ist der dritte Auftrag und ich glaube auch langsam so langsam der letzte und wow ach du scheiße der hat ein bisschen dahinter enteckern verzieht Alter das sieht echt gut aus irgendwie der kann ich noch enchanten aber ich habe ja vorhin gerade enchantet und ich weiß nicht eben zieh mir kurz den Diabos Panzer an ja ähm er hat gesagt wir sollen wartet mal es hat nichts gemacht ach du scheiße warum man die blöden Zombies brauche ich jetzt gerade nicht ich habe besseres zu tun äh ein Wittertempel ist dort ähm weißt du was ich habe gerade keinen Bock einfach so wow du hast mich ja schreckt Alter ähm eben hier ist der Wittertempel Wittertempel ähm und äh hier geht der Weg weiter hier ist auch wieder ein Schild äh Wittertempel okay ich glaube es geht in die Richtung äh ich hoffe jetzt einfach mal dass es rechtlich ist sonst ist es ein bisschen doof und ähm ja ist hier etwas okay hier ist Sandstein okay wartet ich gehe mal hier rauf weil vielleicht sehe ich dann etwas besser hallo oh dort hinten ist es das seht ihr es ganz oben in der Mitte da hier hier sehen wir ein Turm kann das vielleicht sein dass es der Wittertempel ist ähm äh ich denke und das ist es dort oben ach das ist so der der Kristall äh wie man äh vom End kennt ja genau okay ich wage mich da hier rein ähm ähm ich hoffe es passiert nicht allzu schlimmes ach du scheiße was ist das denn oh wartet ich leuchte hier mal aus so weil ich habe keinen Bock von Zombies äh zerfleisch zu werden und ja ich glaube wir begeben uns gerade rein und hoffen dass wir nicht gerade sterben dann oh ähm das ist der Bisse und hier ist eine Pressure Plate okay dort will ich mal nicht darauf treten das haben wir hier aber ich musste hier gut oh oh okay ähm ich beklage mich nicht also er Sand kann man trennt behalten Eisen ist gut ja ich bin oh ein Gold er ist ein ähm ein goldener Apfel das kann wir trennen behalten das können wir hier nehmen äh hallo danke ähm so hier wir haben die äh Rotten Flash brauchen wir nicht Gunpowder und Strings und äh Spinnen auch kann man auch brauchen und da ist noch Goldtrenner hier Gunpowder da hier Fäden und noch ein bisschen Knochen und ah hier war noch Eisen okay irgendwie habe ich das Gefühl ich muss irgendwie da hier aufstehen oder oh nein das tötet nicht gut das tötet überhaupt nicht gut oh okay oh okay was ist das 5 4 oh nein hier so ah Spanner du nein stört mich nicht ach du scheiße alter nein lasst mich lasst mich lasst mich nein 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 du scheiße ist das eine Apokalypse hier ach du heilige scheiße okay okay und am und am Schluss soll noch ein Widder sein okay ich glaube ich bin tot so gut wie tot aber ich lass mich durchraschen durchraschen 6 1 1 Stunden später okay ganz ruhig bleiben ich snackt mir den golden Apfel dass ich ein bisschen regeneriere und esse inzwischen noch etwas und alter was ist das 3 ist 3 und hier ist 2 1 oder das nicht abgebaut abgebaut so du auch so warm denn haben wir 1 die steht nicht ach du scheiße was Hölle ist das holy crap Leute es ist nicht mehr normal alter äh okay Entschuldigung ich musste gerade husten aber das sollte jetzt eigentlich gehen betreten auf eigene Gefahr ja hab ich hab ich gesagt ich muss hier rein nein das habe ich nicht das hat Mr. Jones gesagt so ja äh ich meine irgendwie möchte ich zu bauen nicht dass ich von hinten noch überrascht werde von irgendwelchen Spinnen und Zocken das kann doch nicht dein Ernst sein was erwartet ich kann hier kurz ähm bisschen abbauen so kann ich das kurz auch noch zu bauen okay ich glaube wir sind sicher und äh okay Leute ich will ich nehme die Herausforderung an gehe hier mal mal rein um 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 okay 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 um nichts besonderes wir sind weder Schädel ich glaube es ein golden Apfel so 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 ähm mein PC hat gerade gelegt das war gerade nicht so cool und ja genau jetzt sollten wir ihn bekämpfen können kommen wir da ach du scheiße der stirbt da drin okay easy easy alter alter ich ok aber ähm okay er stirbt einfach dort drin ja keine Ahnung alter easy der boss kampf ever alter so bam den haben wir und der hat ein netherstar getropped alter war das einfach alter ich habe mir das voll anders vorgestellt aber ich meine es war auch ein bisschen doof dass er dort drin erstickt es steckt aber ich meine wir haben wir hätten ihn sowieso besiegt habe ich nicht recht habe ich nicht recht ich habe recht okay ähm ich weiss die folge ist wieder ein bisschen lange aber äh für euch mag ich das doch gerne die ersten creeper nein zwei mehr nein 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 das kann ich den Ernst sein geht weg ich möchte nichts von euch ach du scheiße nein 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 äh meine fresse alter ich muss mir hier bis cobblestone abfahren sonst komme ich nicht mehr hoch und scheiße alter okay ich glaube das ist genug wisst ihr was ich nehme die schleimblöcke auch noch mit und soll ich die emerald ja kommt die zwei die zwei zwei emerald blöcke nämlich auch mit ich nehme das auch noch mit ja hallo okay dort ist jemand aber das habe ich easy weg gesnackt okay so Quarzsäulen habe ich auch noch dabei und äh dort oben sind noch Sachen äh die ich nicht nehmen will denn ich habe schon von denen genug so ähm ach so hier so komm lass mich rauf so hier so 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 dann hier rauf und die volle äh brauchen wir nicht unbedingt hallo kann ich die abbauen warte mal ja nice so gut ähm warte mal hier so ja das passt okay ihr leute ähm wartet ich baue mich kurz noch hoch so ähm hier und ich glaube es ist nacht ja genau es ist nacht aber ich würde trotzdem sagen ähm das war es für diese Folge ich hoffe sie hat euch wieder mal gefallen ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und lasst bitte mal eine positive Bewertung da also wenn ihr euch natürlich das ganze gefallen hat und äh dann würde ich eigentlich sagen man sieht man man sieht sich in der nächsten Folge take off bis da und haut rein Leute tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020